A lowly tarnished, playing as a lord, I command thee now! Dann gehen wir hoch und bleiben auch mal oben. Hier, Zauber, Drachen, Talisman plus 2. Da sag ich nicht nein. Da sag ich definitiv nicht nein. Kommen wir raus. Ah, ich weiß wo wir sind. Okay. Hier würde es halt wieder raus gehen. Genau, da. So, hatte ich mir noch was aufgeschrieben. Äh, Mikaela im Ei beim Moog, Dung-Eater, Saatbeet, Mikaela, bla bla bla. Ne, okay. Dann... Lass einmal... Nur mal gucken, ob beim Kokognen eventuell was passiert ist inzwischen. Seht nicht danach aus. Aber hier hinten... Ich bin mir immer noch der Meinung, dass hier irgendwas passieren wird. Ziem... Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Ist hier vielleicht auch unsichtbares Ding? Nein. Ähm... Dann haben wir aber noch... Guang, wir haben für dich was Neues. Wir haben wieder eine Todeswurzel gefunden, mein Guter. Genau. Ein Todeswurzelchen für dich. Refugium der Bestien. Oh, warte mal. Stimmt, das sieht auch aus wie das letzte Gebiet, was wir jetzt haben, ne? Wir haben alle. Nice, kriegen wir was? Still, I am not sated. Not nearly sated. Gah! America! Ist das, was es? To sin? Will things never be the same again? Tarnished. My thanks. Oh, okay, danke. Kämpfen? Oh, ne, nicht kämpfen. Oh, er ist echt verschwunden? Okay. Ähm... Ich drücke ihn nochmal. Äh, brübrübrübrübrübrübrü... So ein Feini. Ja, der war einmal unfein und wollte uns killen, aber sonst ist er ein Fein. Sonst ist er ein Feini. Das war's. Ja. jürgen das vorlegen saatbeet ding haben wir nicht mehr gefunden ich weiß auch nicht wo wir noch eins finden können wollen würden tun tun dann wieder zurück hier weiter hier ich habe den stein schon vor 60 stunden geholt einfach einfach bett okay ab und hier bei jetzt hier sieht es halt auch genauso aus wie in dem gebiet von voran geht es nicht gestorben das war gut es liegt denn hier kann ich ja irgendwie hat es ist okay ja hier rein oder ist das nur zum gucken nur gucken nicht anfassen so eine sache ist das neuer gegner so ein skelett in das skelett best hier wahrscheinlich ist das das teil von das das ist ja das ist ja komm sie mal her ja 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 eh er hat sich echt wieder wie weit war an den stein ist um alle meine dinge an den abprallen du gehst mir am allermeisten sagt wollen runde 9 es ist echt hübsch hier eine wundere hübsches gebiet ja wie wie kommt man dahin ohne zu sterben die war von hier aus das ging ja relativ gut dunkelschmied stein 7 und hierüber es ist es ist es ist es ist es ist es ist geil ruhig baue goldene pfeile naja du hast eine schöne waffe mein guter warum ist der so tanky okay die wollen wir nicht reviven lassen okay der der da oben der oben vordersteine schießt immer noch auf uns wie sehr ich gerade meinen magiebild vermisse die sind schon etwas stärker muss man muss man den gegnern lassen wird erst zur zum ort der gnade gehen bevor wir da dieses loch einspringen wir kommen wir nicht mehr hoch vom sturm balkon dahin ah ok da komme ich später hin warte mal sehe ich da richtig Alexander ist das ist das paul potz ist das ist das unser kleiner freund das berühren der figuren mit dem pfoten ist verboten an den lieben herrn man sieht sich wollen ohne 10 der anders hin besetzen hier kluck kluck machen hier unten gucken du hast mich gut überrascht mein herz ein bisschen stehen geblieben nicht schlecht nicht schlecht eine falle ok das ist problem die ganzen klippen sind immer mit ein bisschen butter eingeschmiert und das macht es mir natürlich schwieriger an die sprünge zu schaffen genau dazwischen weiße so hat muss man auch hinbekommen hat ist auch meisterhaft irgendwo da habe ich mir gedacht kommen jetzt überrascht du den mal dann überrascht er mich trotzdem dann lass mal gucken ob es noch hier was gibt vor dann da hoch gehen und den eigentlich backstabben aber das spiel wollte nicht wenn er war ich gerade das kann sein dass man im rennen kein backstab machen kann und hier würde es dann nochmal woanders hingehen holy shit game holy fuck holy shit ok ok erstmal hier lang so machen wir das nochmal besser 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 hüpf wir haben einen leiter und so dingern traue ich inzwischen jetzt nicht mehr ich werfe mal runter nur falls da was unsichtbares ist okay bin raus hier heute gut nächtler dir auch noch eine gute gute nacht lustig und vielen vielen dank dass du wieder dabei warst auch wenn immer noch eldenring für dich nicht wirklich was ist wollte mich jedes paar trotzdem nicht zu sehen oh hallo du hast der der uns genervt hat nicht unterfallen ja 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 irgendwo ein gegner ne große gräberteile hier schon wieder au 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 ok spiel ok ich glaube den sprung schafft man nicht ich glaube das ist ein weg zurück von da oben hierhin glaube ich jetzt mal ja den sprung schafft man nicht so wie wir den unteren weg hier viel das spiel doch zu bieten hat ganz einfach runter wie bist du denn runenbogen lecker 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 item gott wie groß das ist man denkt das gar nicht was auf dektaten nur so klein ist aber das ding ist verdammt groß verdammt verdammt groß geht es weiter ich wette es gibt hier irgendwo wo man runter springen kann obwohl es nicht so aus wie als ob man runter springen dürfte aber nicht da aber das machen die mich gerne bei so gebieten wo es sehr krass vertikal überall hingeht schön schönes feuer blutung ist aber auch schön okay also das sind die verbannten ritter hier ich ziehe dann noch mal einen auch die sind echt nicht so nicht so ohne nicht so aber hier asche der bestien menschen von azula wollen wir so ich bin nicht ja warte mal er hat reinfolge hier waren die asche in der noch geister verweilen hiermit ruft ihr die geister von zwei bestien menschen von azula geister von bestien menschen aus dem untergegangenen farum azula angeblich sind diese ruinen die überreste von einem riesigen mausoleum eines uralten drachen auserwählte bestien menschen bewachen er ist mit ihrem blitz in ihrem vom blitz erfüllten wach ist wieder mehr weg soll zu dem ort wo wir uns gerade befinden was ich halt übertrieben lieber an den souls games durch items die geschichte so ein bisschen immer in kleinen ganz kleinen häppchen aufdecken wenn da lang gehen können wir nicht zurück hier kommen wir hierher aber nicht blöd ne bin ich nicht gut dunkelschmiedestein 9 ordentlich nur für den dunkelschmiedestein jetzt mal gucken wir haben regenbogen stein runter werfen man kennt mich man kennt mich ja tschö wohl war hier noch was also hier ist auch noch leicht lassen wir hier probieren machen das mal anders machen die regenbogen steine mal hier ein ich glaube aber direkt mal ein paar wieder weil wir haben ja keine mehr fass 92 reicht erstmal die einrichtung hier verschrotten nix wieder ein ort der gnade ich mache hier aber mal wieder eine kurze kurze pause nämlich pullern